Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Gäste erwartet ein Bundesprogramm aus verschiedenen Tests, die man machen kann, verschiedenen Experimenten. Wir hatten das Ziel, dass wir ein bisschen Bildung in den Küchwald bringen, aber verbunden mit sportlichen Aktivitäten. Wir haben uns sehr, sehr lange die Frage gestellt, warum stehe ich mitten im Wald und erfahre irgendwas über das Sonnensystem oder irgendwas über Planeten, sodass der ganze Pfad jetzt ausgelegt ist mit Flugtauglichkeitstests. Also es wird Gleichgewichtsteste geben, man kann das Sonnensystem nachstellen. Also alles, was so Interessantes gibt, kann man jetzt im Küchwald erfahren. Ich denke, ich habe noch einen Applaus an unsere Angelegenheit. Also 10, 9, 8, 7, 1, start! Damit nochmal einen Applaus an unsere Angelegenheit.